Die Firmenteammeisterschaft bildet den Auftakt beim Stapler Cup Finale in Aschaffenburg. 2021 ist Premierenzeit. Zum ersten Mal treten die Stapler-Heldinnen und Helden in der FAN Frankenstolz Arena an. Zwei Staplerfahrer und ein Kommissionierer müssen perfekt im Team zusammenarbeiten, um ihre Fracht ins Ziel zu bringen. Der Parcours komplett neu durchdacht. Wir haben eine Bahn 1 und eine Bahn 2. Beide machen exakt das Gleiche. Und als Zuschauer habe ich immer die Transparenz, wer liegt vorne, auf wen muss ich achten, wer wird gewinnen. Und richtig Action gibt es vor allem am Ende, wenn man nochmal hochrennt außerhalb des Staplers, auf unsere Siegerplattform, hoch zu den Moderatoren und auf den Bazar hauen. 13 Teams stehen in der Vorrunde, 10 kommen weiter. Gleich zum Auftakt ein Duell der Giganten. Nummer 1 gegen Nummer 2 der aktuellen Rangliste. Titelverteidiger SMP Deutschland gegen Waskönig und Walter. Die Nerven der Fahrer bis zum Zerreißen angespannt. Aufregung, die letzte Sekunde laufen. 30 Sekunden noch. Das wird vielleicht noch ein Foto-Finish. Mal gucken. Nein. Nein, nein, nein. Das wird auf beiden Seiten nicht mehr funktionieren mit der Zeit. Große Enttäuschung. Beide Teams schaffen die Maximalzeit von 7 Minuten nicht. Wenn der Ball fliegt, wenn man Glück hat, bleibt er liegen. Schafft man den Parcours. So auch mal Pech gehabt. Glück im Unglück. Titelverteidiger SMP Deutschland kommt als Lucky Loser ins Halbfinale. Da ist aber endgültig Schluss. Denn von 10 Halbfinalisten kommen nur zwei Teams weiter. Einzig Team-Log und grüner Systemtechnik zeigen Bestform und bewältigen den Parcours im ersten Anlauf ohne Fehler innerhalb der Maximalzeit. Und beide haben noch Potenzial nach oben. Mit exakt vier Minuten stellt eine Aschaffenburger Mannschaft im Halbfinale 2 die Bestzeit auf. Team Team-Log. Dicht gefolgt von grüner Systemtechnik mit nur 8 Sekunden Rückstand. Rudolf Logistik sichert sich mit sauberer Fahrweise und ruhigem Händchen Platz 3. Das Finale wird richtig eng. Ja, einfach durch. Einfach Gas geben, Gas geben, Gas geben. Das ist das Motto. Oberste Prämisse trotz Zeitdruck bleibt aber die Sicherheit. So gehen beide Teams ins Finale. Die Lokalmatadoren von Team-Log legen los. Auf der Tribüne fiebert Daniel mit seinem Papa mit. Ich hab nur gezittert und hatte Angst, dass wir 2. Platz oder 3. Platz haben. Aber 1. Platz im Finale, ich bin schockiert. Wir blicken erstmal auf Bahn Nummer 2, auf das Team Team-Log. Jetzt geht's nämlich hoch auf die Hero-Ramp. Jetzt ist vielleicht auch nochmal hier die Halle gefragt. Jetzt geht's hier um den Titel. Oh, es wackelt, aber es bleibt stabil. Die Halle tobt. Team-Log schafft den Parcours in einem Kopf-an-Kopf-Rennen sogar unter 4 Minuten. Angestachelt von Grüner, die nur knapp hinter ihnen auf der Hero-Ramp waren. Das ist ein richtig geiles Gefühl, Team-Meister 2021 in Deutschland zu sein. Richtig geil. Vom Außenseiter zum Champion. Team-Log war heute nicht zu schlagen und schaffte in allen Läufen Bestzeit. Der Stapler-Cup sorgt immer wieder für Überraschungen. Und ist vor allem eines. Extrem spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017